Hallo, hier ist das Bayreuther Tagblatt. Wir melden uns heute vom Bayreuther Rindler aus der Maxstraße. Warum sind wir hier? Wir möchten wissen, wie geht der Auftakt von Jogis Jungs bei der Fußball-EM 2020 aus? Gegen am ersten Vorrundenspiel ist niemand Geringeres als Weltmeister Frankreich und am Bayreuther Rindler befragen wir das Orakel und zwar mit einem Bootsrennen. Auf geht's! Ja, los! Ja, los!